Guck mal, das ist hier ganz dreckig. Hier liegen überall diese Spritzen und sowas rum. Das ist hier alles voll. Das ist richtig widerlich. Das gehört weg. Wir sind gerade in diesem Bürgerpark drin und wir laufen hier, wir machen hier einen Spaziergang. Guck mal hier, hier vorne sind Bäume. Hier vorne sind abgeknickte, krumme Bäume. Die wachsen hier genauso. Die wachsen genauso schief wie mein Hirn. Und dieser Baum, der wächst auch genauso schief wie mein Gehirn. Es fängt gerade an hier rumzuschneiden. Es wird immer stärker. Und das windet hier rum. Es stürmt. Es ist ein richtiger Sturm hier. Es ist richtig scheiße. Guck mal, Schweinen gefunden. Hier vorne sind noch mehr Schweine. Und hier vorne sind auch noch mehr Schweine. Wir laufen erst diese Innenstadt durch und ich habe euch diese Stadtmusikantenskulptur nicht gezeigt, weil ich das kann. Ich bin richtig ranzig. Ich bin die letzte Verräudigung. Ich bin Biwas und Buttered gleichzeitig. Bis dann Taytik.